die macht sogar Spaß die Challenge deswegen macht man jetzt wenn schon mit 20 Spaß da war es nach Ausform weil sie auch Spaß damit andere Leute Spaß haben wenn Leute ausflippen pass gut auf denn das sind die neuesten ja jetzt habe ich es in der aber auch die nicht gesprinzelt ist wie du nicht gesprinzelt das Figur wie du nicht gesprinzelt ist das war macht jetzt schon zum zweiten Mal da ist sich jetzt in die stark da das wird nur leck mich sind wichtig oder so ist überbewertet Flora hat jetzt Badebeiner gett gepackt gepackt ja aber ich irgendwie sprinz ich den Springen nie o und hier auch nicht die ein paar Seko war aber der war hier und ganz er hat er die Sprung den Sprung schafften zu werden im normalen Laufen das ist doch geschafft ich bin noch nicht gesprinzelt würden die super schlauen die Brunasch im Gelder Sprechland okay das schafft man sogar ohne ich bin ich in dem doch ich bin doch 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 stimmt ich bin ich gebe und ich bin ja doch doch den Fortschland was ist so jetzt bin ich nicht mehr im Gelder Kieler schafft man das sehen dann bin ich halt kacke tut mir leid normales hüpfen normal lässt hüpfen komm ja ich schaff das doch auch irgendwann jetzt sauber guck ich bin wieder nicht gesprintert fahrt nur Prozent Obo nun kann auch Schweine Krupp nein ich werde so ein kleiner ein Kratzer das ist der Kran Karp Krupp und jetzt kommt bei der Ausflug jetzt habe ich das Karpone auch Kürtel Kürtel ach Gott ich bin ja auch noch schon jetzt habe ich das passiert sauber zu schlusser sowieso nicht weil ich bin jetzt noch nicht dafür auch ein paar Euro das sowieso niemals sind du bist viel zu scheiße Heizmann auf der Strömung würde so keine Bienen mit Bienen schaffen aber keine Sprache und sogar Joel und den schafft sogar in die Konferenz du bist so ein nerviges hyperaktives Scheißkind ne meine Fresse du kriegst das eh nicht hin ja okay Mann du bist viel zu scheiße dafür du bist einfach nur ne kleine Kackwurst ich hätte so geht auch jetzt beim letzten Sprung extra verkacken sollen so machen wir jetzt noch weiter oder ja lass noch weiter machen oh ne nicht geht das bockt voll oh ne also ich hasse so was ich weiß nicht was ich hasse so was ich hatte so was ich war gerade schon wo man direkt die Decke über den Kopf hat ich höre sie auch auch Gott ja Alter ich hasse die Springer ich hasse sie und neulich kommen noch mehr 8 fahrt nein 9 wie macht ihr diese da habe ich schaue wir sprinten und alle kann sie doch mehr an der Kante springen wird auch okay okay es kommt noch mehr ja endlich ach man ja Ui ein es kommt um die Ecke ja um die Ecke ist nicht besonders schwer und es kommt noch mehr wie weit geht ihr denn noch was weiß ich es ist noch kein Checkpoint gewesen nein den siehe ich mal Fackeln reinmachen können mit der Stelle dann machen wir dafür sind ja die Glastiche da schon mal aufgefallen dass er nicht eine Fackel gesetzt hat in dieser ganzen Netwertschirm er wird sonnen bei der Ausgabe der Letzter Fakten zum Fakten man auch in den dunklen Raum ja nichts gesehen als so dunkel war drüben ein helleren Bildschirm in meiner Fris ja endlich ja nein nach nach es sind da wieder Leitern nein hey also bei euch ja hier sind ein alt Achso ne Leitern oh Mist jetzt bin ich zu weit gesprungen voll der Backkeit gerade bei mir ja bei mir sollen auch was sie zwischen den Steinen ja aber fünf Sekunden lang ja ach ein Mini Checkpoint lol ach endlich boah lol alter mit diesem Checkpoint ne kann man anderen Leuten helfen die diese Einsprung da nicht machen wollen und ähm ich bin fertig sauber Alter Mann ich springe mal zu weit oder oh wie tief wie tief muss man denn hier ins Wasser springen meine Früche äh Techpoint nein wer will gute Musik ich nicht oh ich hasse die voll mach mach fröhliche Musik yeah yeah hi Flo hi das ist voll scheiße hier der erste Sprung geht ja die höre ich irgendwie nicht tja ich höre sie der erste Sprung geht ja voll der erste Sprung der geht noch aber danach ist ein bisschen Twiki danach ist ein bisschen Twiki TV cool dass ich einholen konnte boah warte ich fuck mach mal Tag Passi boah wie ich nur fail jetzt nein beim letzten Sprung Mann ich schaff den zweiten nicht ich bin jetzt einmal bis zu der Ecke gekommen und da hab ich die dritte Ecke dann verkackt Passi das nervt ein bisschen ja besser besser boah oh Gott noch mehr hast du es geschafft? nee noch nicht mehr noch zu blöd hier alter da musst du ein Block weit springen Flo muss man das nicht immer? nein ich meine hier so schräg so Mist irgendwie vermisse ich die Musik irgendwie schon yeah cat der Anfang ist kacke aber der äh das war da mittendrin das ist geil nein 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 bug 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 ist äh lol ja schade hab ich's geschafft hab ich's geschafft noch mehr oh yeah ab da wird's geil wo das Bastard wurde wo die wo das Bastard wo der Bastard dazukommt nein ah ich hab jetzt endlich ne Taktik wo der Bastard dazukommt Flo ha 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 nein nein das fängt von vorne an yeah Taktik nein bei wem hab ich nicht gehört? Mist Passi redet immer doch ja haben wir gemerkt Flo bist du immer noch beim ich hab einfach nur mal die Klappe gehalten ja das hab ich doch gesagt Passi redet immer so hab ich's geschafft ja ich hab verstanden Passi reagiert nicht mehr ne ja reagieren hab das geschafft? äh ich noch nicht ich hab's geschafft ich hab's geschafft ey du bist noch nicht ganz unten doch ich hab's geschafft ist doch scheißegal aber da ist noch ein Wasserbecken das geht noch ein Wasserbecken tiefer was? noch mehr? echt? ja endlich komm schon ja du musst zwei Wasserbecken ohne springen yeah nein jetzt bin ich hier yeah du Bastard jetzt schau ich Florian zu nicht so wie du der hier die ganze Zeit alleine abhängt das eine habe ich jetzt überwunden jetzt bin ich hier wo bist du da? lass mal suchen gehen aber nach einer Zeit hat man's voll raus ist ja aber zwischendurch verkackt man dann nochmal ja normal oder ist so dumm wie ich gerade in den Leiter hoch zu gehen also die Challenge hat mir Spaß gemacht ja ja das acht Fällen Herr Seymour sich die Fall muss ich versuchen die Spitze von einem anderen zu treffen die Ecke da muss immer versuchen die Spitzen von den anderen zu treffen seitlich das ist die Sprung jeder andere die muss genauso machen wie alle anderen die ist dieser schräge Sprung hier nach Kacke alles geschaffen und nicht doch wer auch gut direkt ersten verkackt ja aber da ist ein kleiner Checkpoint jetzt gleich nein das ist kein wirklicher Checkpoint doch Mini Checkpoints damit lässt du nur andere durch ja trotzdem was deine Leiter du musst dich wieder komplett von vorne anfangen man hat immer Leitern nein das ist manchmal nur durchgehend dann war da gar keine Leiter alle vier fünf Sprünge war da eine Leiter ja aber hier ist in der Challenge noch eine Leiter also packst du Mann das sind doch immer dieselben Sprünge ja sorry ach scheiße ich weiß nicht ich hatte ja in der letzten äh letzten Mal hatte ich ja diese komische den Skelettschädel den etwas in der Portalrahmen und die Endertröge von sich überhalten aber es aber Hör ab richtiger Backe abgesehen wie du gepackt hast schade hier sind Kuki hier sind Kuki und um Abfahrmaschine und das in der Hand rausgekommen oder jetzt zwei Diamanten das ist wieder ein Sieg gefunden ist so so genauso wie die anderen da habe ich nicht so viel Anlauf weil jetzt eine Wand ist du kannst einfach durchrasen bei dem da passiert nichts leute ich ich möchte jetzt durch die Türkei die geht die Leiter hoch das war ich mit Checkpoint ist doch Checkpoint oder so nach Backpack nein praktisch wieder hoch nein scheiße es war bei mir auch äh ich mache eigentlich mal so stelle mich auch an dann was geht irgendwie nicht bei allen packst du es kommen ficken komm es sind jetzt noch drei Sprünge das war ja gar nicht ich weiß gar nicht wie ich da rangehen soll soll ich mal vormachen auch du musst da nicht mal springen wie ich springen nicht was muss da nicht mal springen du kannst eigentlich rüberlaufen ja auch hast recht hast recht ich habe wieder gesagt ja immer am letzten Moment ja 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 gar nicht so lang auch okay voll unnötig gewesen irgendwie irgendwie schon kann jetzt auch weil wir nehmen jetzt schon länger auf oder Prozent kommen sie müssen sie ja wir sind jetzt hier kommen so lange nehmen jetzt auch nicht auf sagt nein wirklich kommt das der stunden da ja nicht mal jeder Mann ist wir machen jetzt die Challenge und dann ist aber Ende wenn man ganz ehrlich da kriegen wir auch nur sechs Folgen raus das ist ja voll leicht m dann einfach rein